Dieser Renault Kattur ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarzfarbene SUV ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Tagfahrlicht, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 90 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017